Hier oben haben wir die Stämme, das sagen. Wer Nummernschilder hat, zahlt Steuern. Und wer Steuern zahlt, unterstützt die Regierung. Ist nicht gut im Norden. 1000 Dollar! Der Kasper will uns ausnehmen hier. Das wieviel zum Reisen Sie mir haben? Was soll denn das? Wir kommen hin! Wir kommen! Wir wollen 10 Millionen Dollar. Aber der Stamm gilt als friedlich. Nicht umsonst haben sie dort viele deutsche Programme. Ach, Entwicklungshilfe kassieren die auch noch? Wer soll kommen? Wer soll uns befreien? Im besten Fall die Armee. Wer sonst? Bravo! 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 Das ist ja! Ja! Vielleicht beschäftigen Sie sich mal ein bisschen mit der Materie, bevor Sie mitreden, hm? Ein rein finanzielles Interesse ist, zum Ramadan auszuschließen, meine ich. Es geht um Geld! Untertitelung des ZDF, 2020